hallo herzlich willkommen zu einem neuen video heute stelle ich euch mal ja tiere der wüste vor und zwar ist diese serie ja die müsste auch so 1998 1999 sein genau kann ich es leider nicht sagen und ja es sind vier tiere da drauf oder vier verschiedene arten von tieren und ich habe aber nur wieder drei stück mir fehlt wieder einer und zwar hier hinten ja wüsten fuchs oder was das sein soll ich habe den waran ich habe den skorpion und ich habe die erdmännchen gut aber jetzt schauen wir uns die ganzen tiere mal auf dem drehteller an so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich hoffe, euch hat das Video mal wieder gefallen Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Daumen nach oben dalassen Ihr könnt auch ein Abo dalassen, würde mich sehr sehr freuen Ihr könnt die Videos auch teilen auf Google, auf Facebook, auf Twitter, Instagram, wo auch immer ihr wollt Habe ich absolut nichts dagegen Und ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal